Ask Mami Fit. Heute geht es weiter mit einem Video, wo ich dir deine Fragen beantworte. Ich hatte euch hier geschrieben, ihr dürft mir eure Fragen stellen und jetzt möchte ich die eins nach dem anderen abgehen. Ja, einfach abarbeiten. Ich habe nicht reingeguckt, weil ich noch nicht dazu kam. Ich werde es hier jetzt einfach live beantworten, ohne lange darüber nachgedacht zu haben. Die erste Frage von Tassado123 ist, mich würde auch... Ach nee, hier, ich habe zwei E-Mails, zwei Nachrichten geschrieben. Meine Fragen sind, gibt es eine oder mehrere Impfungen, die du für wichtig empfindest für Kinder? Gibst du deinen Kindern zum Vitamin D auch K? Welche Nahrungsergänzungsmittel nimmst du ein? Vielen Dank für deine Zeit. Und dann hat sie noch geschrieben, mich würde auch noch das Thema Fluorid interessieren. Mein Zahnarzt sagt, das ist Schwachsinn. Es ist ein anderes Fluorid in der Zahnpasta, wie das, wo gerade gesagt wird, dass es giftig ist. Okay, die erste Frage war, gibt es eine oder mehrere Impfungen, die du wichtig findest für Kinder? Meine Meinung ist, dass ich keine wichtig finde. Ja, da werde ich jetzt wahrscheinlich wieder angegriffen. Ich rede voll ungern darüber, wegen diesem Angreifen. Mein Kleinster ist ja absolut nicht geimpft. Und nee, da gibt es Bücher, ich kann dir unten Bücher verlinken. Ich weiß, da draußen herrscht einfach die Meinung, diese Massenmedienmeinung, muss geimpft werden. Ich rede ungern darüber, auch jetzt in meinem Ort nicht, weil dann wirst du wirklich schon mit dem Finger, oh, guck mal, die, die impft ihre Kinder nicht. Ich habe mich dazu entziehen, nicht zu impfen und ich finde, dass keine Impfung wichtig ist. Wieso, weshalb, warum, kann ich dir unten Infomaterial nochmal verlinken, wenn dich das interessiert und mehr darüber wissen willst, warum, kannst du dann reinschauen. Deine nächste Frage, gibst du deinen Kindern zu Vitamin D auch K? Ja, der ganz Kleine kriegt nur Vitamin D, zwei Tropfen, das sind dann 2000 Einheiten. Der Fünfjährige bekommt drei Tropfen und der ganz Große kriegt fünf Tropfen und zwei Tropfen Vitamin K. Ja, welche ich benutze, kann ich dir unten verlinken. Welche Nahrungsergänzungsmittel nimmst du ein? Dazu hatte ich ein Video gedreht, ich weiß nicht, ob es jetzt online ist. Also, ich benutze, ich vergesse sie sehr oft im Alltag, ja, aber Chlorella Spirulina fast täglich. Dann habe ich noch die Cassia, das ist so eine Cassia-Pflanze, da muss ich auch nochmal ein Video drüber machen. Das Problem ist immer, wenn man das weiß und umsetzt, ich denke immer, das wissen ja eh schon alle, aber ich bin mir sicher, das kennen nicht alle. Also Cassia, das nehme ich auch täglich, hatte ich in meinem Entgiftungsvideo komplett vergessen zu erwähnen. Ich habe ja ein Entgiftungsvideo, was ich alles benutze, das werde ich aber auch nochmal nachholen, ein Video dazu machen. Also, das Wichtigste ist, was ich jeden Tag benutze, ja, wichtig, Vitamin D, B12 nehme ich nicht immer, Spirulina, Chlorella und dieses Cassia, ja, das benutze ich eigentlich so täglich. Ja. Vitamin D nehme ich 20 Tropfen, das sind dann 20.000 Einheiten, Vitamin K, ich glaube, 3 Tropfen, dann Spirulina nehme ich 10 Stück, 10 Tabletten, also so 10 Tabs, Chlorella 10 Tabs, ich mache es über den Tag, weil es halt nicht alles gleichzeitig. Und B12 nehme ich, glaube ich, 5 Tropfen, ich werde dir alles unten verlinken, welche das sind. Genau. Ja. Dann nächste Frage, mich würde das Thema Fluorid interessieren. Mein Zahnarzt sagt, es ist Schwachsinn, es ist ein anderes Fluorid in der Zahnpasta. Wir benutzen gar kein Fluorid zu Hause, ja? Gar nicht. Es gibt Fluorid, was in der Natur vorkommt, das ist noch okay für den Körper, da haben wir auch was drin im Körper und wir nehmen es wahrscheinlich über das Wasser ein oder was auch immer. Aber das zugesetzte Fluorid, das wird ja auch zugesetzt in manchen Gewässern und so weiter, das aus der Zahnpasta, nein. Also, in meinen Augen ist es falsch, ich recherchiere nochmal, wo ich das herausgefunden habe, meine Quelle, dann kann der mal falsch liegen, aber ich bin mir ganz sicher, das brauchen wir nicht. Ne, ich werde dir nochmal unten verlinken, wo ich darüber was mal gelesen hatte oder gehört hatte im Video. Aber du darfst deinem Zahnarzt auch nicht böse sein, weil die das meistens selbst nicht wissen. Sie lernen es in der Uni nicht, ja? In der Uni kriegen sie sowas beigebracht, dass sie es verteilen müssen, ja? Und da sind sie davon überzeugt, dass es richtig ist. Es gibt dir die Zahnärztin Dr. Karin Bender-Gonser, die hier auch auf YouTube unterwegs ist, ich verlinke dir mal ihren Kanal. Sie ist selbst Zahnärztin und sie sagt auch, nee, Fluorid braucht kein Mensch, ja? Sie ist halt raus aus dieser Zahnarzt-Sache da, ne? Und wenn du da als Zahnarzt da sagst, kein Fluorid, ich glaube, da haben auch einige Zahnärzte dann vielleicht ein Problem, ja? Sie müssen es dann wahrscheinlich sagen, keine Ahnung. Aber in meinen Augen, nein. Braucht kein Mensch und ich sage es auch meinem Zahnarzt nicht, ja? Da, wo wir zur Nachkontrolle gehen, ich sage ähnlich, dass wir kein Fluorid benutzen. Sie wird dann wahrscheinlich auch erstmal das nicht verstehen. Meine Kinder kriegen ja selbstgemachte Zahnpasta, dazu gibt es verschiedene Videos hier auf dem Kanal. Da kommt auch wieder jetzt ein neues Video hoch, Zahnpasta-Pulver. Wenn es schon oben hochgeladen ist, werde ich es ja unten verlinken, wenn nicht, dann kommt es halt die Tage raus. Das ist ein geiles Zahnpasta-Pulver für unterwegs, wenn man in Urlaub ist, ja? Da musst du nicht dieses Flüssige mitnehmen. Die andere Idee ist von Backen ist Liebe, die süße Yvonne. Sie schreibt mir, gibst du noch Fitnesskurse? Ja, gebe ich noch. Mich interessiert, wie ist es mehrmals am Tag, dasselbe zuvor zu trainieren und am Abend noch Power für Haushalt zu haben? Ich trainiere ja einmal täglich, aber auch nicht immer. Es kommt auch mal vor, dass ich ein, zwei Tage nicht trainiere, weil ich es einfach, also ich bin jetzt auch nicht so die, also zur Zeit, weil ich wirklich noch in diesem Abnehmprojekt arbeite, dieses Abnehmprogramm, schaffe ich es auch nicht jeden Tag. Aber, achso, du meinst jetzt gerade, Yvonne, wahrscheinlich, wie kannst du im Fitness trainieren, wenn ich die Kurse gebe und zu Hause bin, dann trainiere ich nicht doppelt. Das geht dann nicht, ja? Also gerade als Mutterhaushalt und so, dann wäre ich, nee, schaffe ich nicht. Ich trainiere einmal und wenn ich weiß, ich gehe morgen arbeiten und ich gehe ins Fitnessstudio, dann trainiere ich auch nicht zu Hause, weil dann habe ich ja schon mein Training. Wie schaffst du es abends noch, Power für den Haushalt zu haben? Komischerweise, wenn ich trainiere, habe ich mehr Power für den Haushalt. Mir gibt es Energie, es nimmt mir nicht Energie. Warum? I don't know, aber ist so bei mir. Ist, glaube ich, bei vielen so. Wann macht dein Bruder seinen YouTube-Kanal? Hat er schon, werde ich dir unten verlinken. Er ist schon dabei, ich glaube, ich weiß nicht, ob er da Videos jetzt hochgeladen hat, aber er ist auch noch dabei. Unterstützt dein Mann dich mit YouTube, beziehungsweise was sagt deine Familie, wenn du filmst? Ach Gott, wie süß. Ja, super Frage. Ja, mein Mann unterstützt mich. Er war von Anfang an nicht ganz so davon begeistert, dass ich mich online zeige und überall ich zu sehen bin. Aber ich hatte ja in einem anderen Video erzählt, ich modele ja auch, ich habe einige Aufträge gehabt. Mein letzter Auftrag war für die Deutsche Bank, da habe ich ein Werbevideo gedreht, dass in der Bank, also wenn du jetzt einen Kredit zum Beispiel nimmst, du bist bei der Deutschen Bank, bin ich dann da zu sehen halt im Hintergrund. Ja, das ist dann so ein Video, wie ich einen Kredit nehme und so. Also eine lange Geschichte. Auf jeden Fall, mein Gesicht ist sowieso zu sehen in Zeitschriften, auch im Fernseher. Ich war im Schweizer Fernseher, ich war für den HP Laserdrucker im Fernseher, habe da Werbung gemacht. Also ich bin jetzt nicht so eine berühmte Topmodel, wo man überall sieht, aber ich mache schon so kleine Aufträge und ich bin sowieso zu sehen. Und damals, als ich mit YouTube anfing, das war ja eigentlich wegen meiner Sportgruppe, fand es mein Mann erstmal nicht so toll und dann hat er auch gesagt, Gott, wenn man dich sowieso schon da und da gesehen hat, dann kannst du auch deine YouTube-Videos drehen, also mach. Und meine Familie unterstützt mich, meine Eltern sind sowieso, stehen hinter mir total, Brüder, Schwester, ja, die stehen alle total hinter mir. Die haben, die finden es gut, ja. Sie gucken nicht meine Videos, muss ich dazu sagen. Also meine Eltern gucken die Videos nicht und meine Brüder, ja, der eine Bruder, der jetzt auch ein bisschen mit YouTube hat, der guckt schon, ja, das stimmt. Dann der liebe Harald, das ist ein ganz lieber Kollege von mir, ein Arbeitskollege von der Bank noch. Was hat er geschrieben? Oh, okay, ich glaube, es wartet viel Arbeit auf dich. Ich weiß nicht, was du damit meinst, Harald. Dann der Max Green, der hat hier auch einen Kanal, kann ich dir unten verlinken. Er schreibt, hi, meine Liebe, cooles Video-Format. Dankeschön. Meine Fragen, was bedeutet für dich Freiheit? Freiheit bedeutet für mich, dass ich selbstbewusst meine Meinung sagen kann. Und viele werden jetzt sagen, ja, du kannst doch deine Meinung sagen. Ich gehe jetzt ein bisschen tiefer, es geht oft schon in der Erziehung los. Es gibt Menschen, die sich nicht trauen, ihre Meinung zu sagen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Leuten unterwegs bin und ich eine andere Meinung habe zu einem Thema, viele sagen da nichts und passen sich an. Und für mich fängt da die Freiheit an, wenn ich selbstbewusst vor diesen Menschen meine Meinung sagen kann. Und es ist mir scheißegal, ob sie mich danach hassen oder nicht. Das bedeutet für mich ein Stück Freiheit. Dann ist Freiheit, wenn ich meine Authentizität leben kann. Ja, wenn ich wirklich ich sein kann. Das ist für mich Freiheit. Ich muss mich nicht verbiegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Model-Auftrag habe, muss ich mich verbiegen. Ich muss dann die liebe, hübsche, süße sein zum Beispiel oder was auch immer. Wenn ich aber hier meine YouTube-Videos mache, dann kann ich sein, wie ich möchte. Ich kann scheiße aussehen. Ich kann meine Meinung sagen. Also deswegen liebe ich YouTube. Ich kann machen, was ich will. Ich habe ja schon sehr viele Anfragen bekommen von diesen, wie heißen die? Einer ist von Slami Slimani, glaube ich auch. Wie heißen die denn? Die dich unterstützen, dein YouTube-Kanal, dass er größer wird. Und da ist irgendeine Firma in Berlin, die mich angeschrieben hatte, wo Slami Slimani und seine Geschwister auch dabei sind, ob ich nicht mit rein darf. Ganz nett, dass sie mich anschreiben, aber ich hatte da auch zurückgeschrieben, ich will ich selbst sein. Ich will mein eigener Chef sein, mein eigener Herr sein. Ich möchte meine Videos machen, wie ich Bock habe und vor niemandem gelenkt werden. Und das ist für mich dann Freiheit. Ich mache, was ich will. Und dann geht es auch weiter. Was bedeutet für dich Freiheit? Wenn ich natürlich das tun kann, was ich liebe. Wenn ich nicht in irgendeinem Job festsitze, den ich total hasse, wo ich mit Menschen zusammen sein muss, die ich gar nicht mag. Da ist für mich wieder Freiheit, mich zu entscheiden und zu sagen, ich suche mir einen anderen Job und ich bin mit Menschen zusammen, die ich liebe. Und da haben sehr viele Menschen heutzutage volles Problem. Und ich hoffe, dass ich das richtig mache, zurzeit mit meinen Kindern, dass ich sie dahin lenke, dass sie zu ihrer Meinung stehen und dass sie zu keiner Gruppe gehören, dass sie sie selbst sind. Es ist ja so oft in der Schule, dass man lieber zu denen gehört, weil die haben Neigschuhe an oder lieber zu denen. Nein, ich möchte, dass du dich selbst liebst und akzeptierst, so wie du bist. Und du musst nicht mit jemandem befreundet sein, den du nicht magst. Da fängt auch für mich schon mal Freiheit an. Viele haben Freunde, die sie gar nicht mögen, die sie total blöd finden und trotzdem sind sie mit ihnen zusammen. Und das hat dann nichts mehr mit Freiheit zu tun. So, wie siehst du die Welt in zehn Jahren? Ich verfolge ja so ein bisschen die Nachrichten mit. Ich gucke zwar nicht jeden Tag Nachrichten, aber wenn ich so die Nachrichten sehe, denke ich, oh Gott, in zehn Jahren muss ich raus aus Deutschland. Wahrscheinlich werde ich sonst umgebracht. Ich sage es dir ganz ehrlich, mit meinen dunklen Haaren, dunklen Augen. Und ja, unsere Religion, unsere Herkunft wird ja total, gerade hier in Europa, in Deutschland, du weißt, was ich meine. Wir stehen gerade sehr schlecht da. Egal, wo was passiert, es war ein Tunesier, es war ein Araber, es war ein Islamist. So, und wenn ich dann auf der Straße bin und mir denke, okay, wenn es jetzt so weitergeht in den nächsten zehn Jahren, muss ich hier raus. Ansonsten wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht, was auf uns zukommt. Aber dann habe ich wieder ein gutes Gefühl, wo ich sage, aber die Menschen wachen gerade auf. Es werden immer mehr Menschen, die verstehen, was da draußen gerade vor sich geht, ja, was die Banken mit uns machen, was die Politik mit uns macht. Bargeld soll abgeschafft werden, so viel, das mit den Flüchtlingen, ja, diese ganzen Sachen, was da alles passiert, wo alle nach Europa, ja, Amerika macht da was, aber die sollen alle nach Europa. Also man merkt, dass da was, es wird sich sehr viel verändern. Es wird sich sehr, sehr viel verändern und ich denke, es werden negative Sachen passieren und ich denke, es werden aber auch gute Sachen passieren. Ich bin mit meinen Gedanken beim Positiven, weil ich davon überzeugt bin, dass wenn wir alle nur an das Negative denken, dass es auch kommen wird. Dass wir Menschen als Masse, wenn wir alle Angst haben, dass wir das anziehen werden, was wir nicht wollen. Aber wenn wir, wie Mutter Teresa damals meinte, ich werde niemals in einer Kriegsdemo mitmachen, nur in einer Demo, wo für Frieden demonstriert wird, ja. Wenn wir alle an den Frieden glauben und feste denken, dann wird er auch da sein. Und wenn wir alle Angst haben vor Krieg und vor das, was kommt, dann wird das auch kommen. Und ich, in meinen Gefühlen ist es 50-50, ich weiß nicht, was kommen wird, ich habe da so ein, schon ein schlechtes Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Aber das gute Gefühl kommt immer wieder hoch und sagt, nein, die Welt wacht auf. Es werden immer Menschen, mehr Menschen wach und wir verstehen, was da draußen passiert. Und ich hoffe, dass noch mehr Menschen wach werden und verstehen, dass wir uns nicht gegenseitig bekämpfen sollten, nur weil wir eine andere Religion haben oder nur weil ich dunkle Haare und dunkle Augen habe und aus einem arabischen Land komme. Heißt das ja nicht, dass ich dir den Job wegnehme oder dass ich böse bin oder dass ich eine Bombe unter mir trage, ja. Das ist nur das, was die Medien machen. Ich bin zuversichtlich, auch wenn ein bisschen Angst doch trotzdem mit dabei ist, gebe ich ganz ehrlich und offen zu, ja. Da kriege ich auch nicht ganz raus, ist immer noch mit dabei, aber trotzdem zuversichtlich und guter Dinge, dass wir in den nächsten zehn Jahren einen Umschwung hier erleben. Ich hoffe in die positive Richtung und ich denke auch, dass gerade die Arbeitsplätze, das denke ich auch in den nächsten zehn Jahren wird es weniger. Also da in der Bank, wo ich jetzt angestellt war, bin ich ja jetzt auch nicht mehr, ich habe ja gekündigt. Da war das so, ich war in der Check-Abteilung zuständig und beziehungsweise habe ich da gearbeitet. Das ist auch, damals, als ich da angefangen habe, meinte ein Mitarbeiter, die Check-Abteilung wird es irgendwann nicht mehr geben, weil es wird alles, wie heißt das nochmal, online gemacht, ja. Da braucht man keine Mitarbeiter mehr und tatsächlich, meine Abteilung wurde jetzt aufgelöst, ja. Da, wo ich gearbeitet habe, die gibt es nicht mehr, alles aufgelöst. Und ich denke auch, es wird weniger Arbeitsplätze geben in diese Richtung und einige werden geschockt sein, wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Deswegen würde ich sagen, mach die Augen auf und schau nach einer Alternative. Etwas, was du liebst, tu etwas, was du liebst, was du selber machen kannst, wo du nicht von jemandem abhängig bist, der dich dann kündigt. So, nächste Frage, die liebe Julia Ute. Ich habe mehrere Fragen. Ich habe auch eine Schilderunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktion? Wie hast du dich geheilt? Ich hatte ja ein Video, das wirklich sehr viele Aufrufe hat hier auf YouTube, weil sehr viele Schilddrüsenunterfunktion haben. Bei mir, du kannst, ich werde dir unten das Video verlinken, ich mache es kurz. Ich habe es, ich weiß nicht, ob ich geheilt bin, ja. Ich weiß es nicht, ob ich geheilt bin. Meine Werte sind in Ordnung. Ich war jetzt vor ein paar Wochen wieder beim Arzt. Meine Werte sind in Ordnung, wieder mal. Seit 2007 wurde bei mir eine Unterfunktion festgestellt. Und ich hatte, glaube ich, 2010 oder so fing ich an zu recherchieren, warum ich das habe, wie ich das heilen kann. Weil mich das genervt hat, dass ich mein Leben lang Tabletten nehmen muss. Und dann kam ich auf ein, auf das Hippokrates-Institut, Florida, Miami ist es, glaube ich. Und da wurde dann, da stand dann, dass man Schilddrüsenunterfunktionen heilen kann mit Ernährung, mit Rohkost, veganer Rohkost. Und das habe ich dann in meinen Alltag integriert und dann waren die Werte schon in Ordnung. Ich habe einfach alles, was mit Fleisch zu tun hat, weggelassen. Alles mit Quark, mit Milch, mit Joghurt, alle tierischen Produkte. Nicht von heute auf morgen. Es ging bei mir Schritt für Schritt. Habe mehr Grünzeug zu mir genommen. Habe sehr stark auch entgiftet eine Zeit lang. Durch dieses Grünzeug ging es mir auch nicht so gut eine Zeit lang. Habe sehr viel Gras entsaftet aus dem Garten. Ich glaube, es hat mir auch nochmal sehr viel geholfen. Und ich denke, was mir jetzt gerade im Alltag hilft, ist bewusstes Denken. Weniger Aluminium in meinem Alltag. Also ich benutze jetzt keine Alufolie mehr, wie früher über Aufläufe. Ich benutze selten noch Tuben oder Dosen aus Aluminium, weil das auch nochmal die Unterfunktion fördert. Die Pfannen, auch keine beschädigte Pfanne mehr. Auch das ist nicht gut. Oder Wasserkocher haben wir aus Glas, nicht mehr aus Plastik. Auch das ist nochmal schlecht für die Unterfunktion. Und dann die Ernährung. Also die Ernährung, denke ich, hat den großen Effekt. Wir haben unser Wasser, wir haben so ein Wasserfilter. Darüber kann ich auch nochmal gerne ein Video machen, wo das Wasser nochmal belebt wird und nochmal gereinigt wird. Und halt, dass ich sehr viel Rohkost esse. Früher war das nicht so, aber jetzt einfach sehr viel Rohkost und sehr viel Entgiften. Das kommt auch nochmal dazu. Entgiftungsvideo kann ich dir unten verlinken. Ich denke, da ist sehr viel Schrott aus meinem Körper raus von dem Entgiften. Und dann noch diese Rohkost. Das hat wahrscheinlich meine Schilddrüse die Werte verbessert, sodass ich keine Tabletten mehr nehmen muss. Wie gesagt, ob ich geheilt bin, weiß ich nicht. Nächste Frage ist, was kann ich dagegen tun, dass mein Bauch dicker wird? Ja, das Problem habe ich immer im Urlaub. Wenn ich in Tunesien bin und viel Teigwaren esse, damit mein Bauch dick. Im Alltag hier zu Hause, in Deutschland, merke ich das nicht, dass mein Bauch immer schön flach. Aber sobald ich dann für ein paar Tage weg bin und anfange, Dinge zu essen, die ich sonst im Alltag nicht esse, die eigentlich fast jeder isst, dann merke ich, mein Bauch wird dick. Das ist bei mir immer direkt erst mal Popo und Bauch. Das geht dann direkt da rein. Schau einfach auf deine Ernährung, dass du weniger Teigwaren zu dir nimmst. Das macht einen dicken Bauch. Weniger Teigwaren, ersetze es durch andere Dinge. Da gibt es so viele andere Sachen. Schau, dass du morgens und mittags keine Teigwaren zu dir nimmst. Das ist möglich. Du kannst morgens Obst, Gemüse essen. Du kannst Säfte dir machen. Du kannst Sprossen essen morgens und abends. Salate. Da gibt es viele Möglichkeiten. Probier es im ersten Schritt aus, dass du nur einmal am Tag was mit Teig isst. Nur abends zum Beispiel. Dann wirst du merken, dass dein Bauch schon mal flacher wird. Was hast du geschrieben? Wie schwanger. Je länger der Tag geht und ich esse und trinke, desto dicker wird er. Das hat schon oft was damit zu tun, aber auch viel mit Gasen. Je nachdem, was du isst. Achte auf die Reihenfolge deiner Ernährung. Du solltest morgens, abends, morgens im ersten Schritt Obst essen. Im zweiten Schritt Gemüse. Und im dritten Schritt erstes Gekochten und die Nüsse. Das, was am längsten zum Verdauern braucht, kommt zum Schluss. Ansonsten entstehen Gase im Körper und dann wird der Bauch ein bisschen dicker. Und auch Kohlensäurewasser. Würde ich gar nicht trinken. Übersäure jetzt sowieso den Körper und macht den Bauch dicker. Woran liegt das, dass ich nicht abnehme? Habe lange gestillt. Meine Tochter ist 18 Monate alt. Aber ich nehme nicht ab und ernähre mich aus medizinischen Gründen vegan. Was mache ich falsch? Falsch. Wie schaffst du es, so faltenfrei zu sein? Ich habe so viele bekommen. Wahrscheinlich Falten bekommen, seitdem ich schwanger war. So, das war's. Also liebe Julia, mit dem Abnehmen, das kann an der Ernährung liegen. Du ernährst dich vegan. Ich weiß aber nicht, wie du dich jetzt ernährst, was du genau isst. Wie ist es mit Zucker? Wie ist es mit Süßigkeiten? Wie ist es auch mit, vielleicht hast du auch irgendetwas in dir drin, was du erlebt hast, wo du dich schützt mit einer kleinen Fettschicht. Das kann auch sein. Das kann auch nochmal Gründe geben. Und Bewegung. Wie ist es mit Bewegung? Bewegst du dich viel oder nicht? Sorge dafür, dass du viel läufst mit deiner kleinen Tochter. Dass du immer viel draußen bist, mit deinem Kinderwagen rausgehen, tanzen zu Hause, Sport machen zu Hause und viel Obst, Gemüse essen. Dann, wie schaffst du es, so faltenfrei zu sein? Also bei mir ist es so, wie kann ich das am besten sagen? Ich trinke ja keinen Alkohol, war auch nie die Party-Tussi oder sowas. Ich will jetzt keinen angreifen, aber das macht ja auch nochmal alt. Du merkst es ja meistens am Gesicht der betreffenden Person, wie ihr Leben war. Und bei mir war wirklich eigentlich so ein ruhiges Leben. Keine Partys, nicht lange wach sein, kein Rauchen, kein Trinken. Erinnerung war immer normal, so wie alle anderen früher. Fleisch, Brot und so weiter habe ich schon gegessen. Ich habe mich fast nie geschminkt, also mein Gesicht hat jetzt keine Schminke oder so. Das ging bei mir zwei, drei Jahre mit YouTube damals, fing das an mit der Schminke. Aber dann habe ich Gott sei Dank aufgehört. Ich glaube, das hat auch nochmal Auswirkungen, dass ich keine Cremes oder so benutze für mein Gesicht. Meine Mutter, die ist jetzt knapp 60 und sie hat auch eine sehr glatte Haut. Sie benutzt auch kein Make-up, hat nie Make-up benutzt. Meine Mutter benutzt nur natürliche Sachen, also wenn dann Olivenöl ab und zu, ganz selten. Also wenn sie rausgeht, die benutzt gar nichts für ihr Gesicht. Aber sie macht sehr viele Masken. Ich weiß noch, früher hat sie immer Gurkenmasken auf ihr Gesicht gelegt. Sie macht Kaffee-Peeling-Maske. Ich weiß nicht, ob ich ein Video dazu habe. Ich habe mal auf Instagram sowas gepostet. Kann ich aber auch gerne mal ein Video machen, was ich da benutze für mein Gesicht. Ich habe auch nochmal ein Video von einer Maske, die kann ich dir unten verlinken, die ist auch ganz gut. Ja, das war es eigentlich, mehr nicht. Und, was ich dir sagen kann, Zucker macht Falten. Zucker macht dich alt. Schau, dass du halt weniger Zucker in deinem Alltag nimmst. Zucker gibt es im Brot, in Schokolade, in Süßigkeiten, überall. Guck, dass du das reduzierst, dann kriegst du auch nicht so viele Falten. Julia, Baby und Familie. Kannst du Tipps geben, wie man mit ungeimpften Kindern in den Kindergarten oder Schule umgeht? Hattest du diesbezüglich große Probleme? Wohnst du in einem Haus oder in einer Wohnung? Um deine letzte Frage zu beantworten, wir leben in einer Wohnung. Meine Eltern leben in einem Haus. Manchmal filme ich ja von meinen Eltern und dann sage ich Haus. Aber wir leben in einer Wohnung. Mit dem Impfen. Meine großen beiden sind ja geimpft. Und ich kam mit dem Thema Essen in Berührung vor drei Jahren, als mein drittes Kind geboren wurde. Der Kleine ist gar nicht geimpft. Ich habe noch keine Erfahrungen damit, tatsächlich. Aber es wird jetzt kommen. Und da werde ich auch Videos machen. Mein Kleiner wird bald in den Kindergarten kommen. Wir haben, das heißt bald jetzt im Winter, ist ja nicht bald im September, wahrscheinlich erst mit dreieinhalb. Ich werde dir dann berichten. Ich weiß es noch nicht, was sie da sagen werden in den Kindern. Keine Ahnung. Es weiß auch niemand, dass er nicht geimpft ist. Also wenn ich mit Müttern zusammen bin, sage ich nicht, hier, mein Kind ist nicht geimpft. Weil einfach die meisten denken, Impfung ist wichtig. Oh Gott, ich bin schon bei 20 Minuten. Ich muss mich noch beeilen. Ja, also wenn ich dann da Erfahrungen habe, mache ich dazu ein Video. Die Sydney schreibt, meine Frage ist, wie du genau deine Schilddrüsenfunktion geheilt hast. Habe ich ja eben schon erwähnt. Meine Mutter leidet seit ca. 10 Jahren in Schilddrüsenunterfunktionen und dazu nimmt sie auch ab. Also sie kann schlecht zunehmen und der Arzt kann dies auch nicht erklären. Kannst du vielleicht genau erklären, wie du geheilt hast? Meine Mutter ist wirklich am Verzweifeln. Ich danke dir schon mal, du bist eine tolle Inspiration. Vielen Dank, liebe Sydney. Ich habe ja diese Frage schon beantwortet. Und ich vermute vielleicht, dass es auch was mit diesen Tabletten zu tun hat, dass sie jetzt nicht zunehmen kann. Es gibt ja einige, die zunehmen. Es gibt dann wieder andere, die abnehmen. Wie das genau funktioniert, kann ich dir nicht erklären. Da bin ich jetzt nicht ganz im Thema mit drin. Aber deine Mutter sollte vielleicht auf ihre Ernährung achten. Nicht nur vielleicht, sie sollte. Was isst sie denn? Ernährt sie sich noch viel von tierischen Produkten, dann sollte sie das weglassen. Ich hatte ja eben noch erklärt, mit diesem Plastik und mit diesem Metall und so weiter, diese Alufolie und alles, weg aus dem Alltag. Das Leben deiner Mutter sollte so chemiefrei wie möglich sein. Ich habe eine Chemiefrei-Reihe, wo ich erzähle, was ich alles benutze im Alltag. Das kann sie sich anschauen. Also jetzt nicht mit irgendwelchen chemischen Sachen, Parfüm, Deo sich voll... Weil wenn der Körper eine Krankheit hat, ist es immer eine Nachricht an dich, dass irgendwas nicht stimmt. Du musst in deinem Leben was ändern. Und dann soll sie ihr Leben beobachten. Was macht sie denn, was der Körper nicht haben möchte? Sie soll sich natürlich ernähren, pflanzlich ernähren. Und wenn sie dagegen ist, sag ihr, wir testen das mal aus. Meine Mutter hat ja zum Beispiel Diabetes. Und ich habe ihr dann ein paar Tipps gegeben. Wir haben einen Ernährungsplan gemeinsam gemacht. Sie hat ihre Werte jetzt so gut im Griff, das kannst du dir nicht vorstellen. Sie war ja mit so einem schlechten Wert im Krankenhaus gelandet. Wir dachten, dass sie es nicht überleben wird. Das ging ihr sehr schlecht. Ein Wert von 600. Da ist man eigentlich tot. Und mit der Ernährung hat sie das alles im Griff. Deswegen, meine Mutter war auch dagegen, so Fleisch. Nein, Fleisch muss sein und alles. Aber jetzt, wo sie es weggelassen hat, geht es ihr besser. Keine Milch, kein Quark, kein Fleisch, keine Eier. Pflanzlich, so frisch wie möglich. Und so wenig Chemie in ihrem Alltag, wie es geht. Teste das mal aus. Das sollte schon einige Erfolge bringen. Vorletzte Frage. Hast du oder kennst du ein leckeres Rezept mit Buchweizen? Also ich liebe Buchweizen gekeimt. Gekocht schmeckt es mir gar nicht. Ich mache es immer gekeimt. Und dann kannst du verschiedene Sachen daraus machen. Ich mache es meistens mit Datteln oder mit Kokosraspeln zum Beispiel. Mit Mandelmus, ein bisschen Milch da rein. Schmeckt auch ganz lecker. Das ist so mein Lieblingsrezept. Das war von der Rania El Rawi. Die letzte, Ahmad Borki. Ab wann merkt man eine Veränderung, wenn man zu 100% Rohkost macht? Wie viele Wochen? Bei jedem unterschiedlich. Je nachdem, wie vergiftet dein Körper ist. Bei mir ging es richtig schlecht die erste Zeit. Mir ging es richtig schlecht. Ich bin krank geworden. Lag im Bett. Hatte Fieber. Ich habe trotzdem weitergemacht. Ich bin da manchmal auch, ja nicht stur, aber ich habe ein Ziel vor Augen gehabt. Und es hat bei mir ein paar Wochen gedauert. Ich kann es dir nicht sagen. Drei, vier Wochen. Und dann ging es mir schon ein bisschen besser. Aber es kommen immer wieder Sachen. Dann habe ich irgendwann Pickel bekommen. Dann ging es mir wieder schlecht. Immer weitergemacht. Weil der Körper, wenn du Rohkost zu dir nimmst, am Anfang sträubt er sich nicht dagegen. Er freut sich. Aber Rohkost kann er am Anfang nicht so gut verdauen. Da gibt es erstmal Verdauungsprobleme, bis er sich daran gewöhnt. Und dann fängt er an zu entgiften. Schritt für Schritt. Das, was er halt alles hat, entgiftet er. Und dann musst du für dich herausfinden. Beziehungsweise dich herantasten und einfach ausprobieren. Das waren jetzt die Fragen alle. Das Video ist ziemlich lange. Ich danke euch für das rege Mitmachen. Ich hoffe, ich habe alle Fragen gut beantwortet. Wünsche dir alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Video. Tschüss.